Strom immer fließen zu lassen, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Schon wegen der vielen Windkraftanlagen. Da weiß man im Vorwege eigentlich nicht so richtig, wann und wie viel Strom sie in unsere Stromnetze einspeisen. Die regelmäßige Kontrolle der Netzkapazitäten ist uns als WMAK deshalb besonders wichtig. Unsere Umspannwerke und Stromleitungen passen wir immer wieder an den aktuellen Bedarf an. Und wir setzen natürlich auf modernste Technologie. Damit bringen wir die Energiewende hier bei uns in Mecklenburg aktiv vor.